Pssst! Uh! Verarscht! So Leute! Erstmal schön Sass auf mich machen am Anfang der Runde. Okay, erstmal einen Download machen. Ich mach das absichtlich, ey. Gleich melde mich raus, ich seh schon. Nissy ist da, okay. Anastasia ist hier. Oh, das klingt schnell. Das klingt schnell. Was ist das? Was ist hier passiert? Niko ist tot. Ripp, Niko. Wo war er? Wo ist die Leiche? Hannes, bitte sagen Sie uns, wo die Leiche ist. Hannes, du bist noch auf Müt. Achso, Niko ist tot. Hannes ist gemütet. Hannes, du bist gemütet. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Also in Admin lag schwarz. Ich wollte gerade kratzen. Also ich war Electrical mit Benedikt. Ich war Weapons auf unser Raumschiff beschützt. Genau, ich hab Nessi gerade in Weapons gesehen, Anastasia war in O2. Ich war gerade auf dem Weg zur Navigation. Also die beiden könnte ich denke ich mal ausschließen. Also warte mal. Was hast du gemacht Flo? Die beiden Mülls entsorgt, also die, die, ja. Wo genau? Cafeteria und Storage. Okay. Ähm, René, wo war, war, wo hast du? Ich war in Admin Card swiped, aber dann war ich auch ganz schnell mit weg aus Admin. Okay, also aber eigentlich warst du am Tatort. Tommy, du? Ich stand erstmal blöd in der Cafeteria rum, weil ich mich nicht gemutet gekriegt hab und war dann beim Reaktor. Okay, Anastasia, wo warst du? Ich war in O2. Genau, da hab ich sie auch gesehen. Okay, äh, Benedikt, wo warst du? Äh, ich war erst in Admin, hab da die Karte geswiped. Und dann bin ich zusammen mit Lion Man, glaube ich, in Elektrical gegangen. Okay, du warst aber eigentlich Admin. Vor dem ich gemeldet habe, wie viele Sekunden vorher warst du etwa in Admin? Hast du da René gesehen? Also wir waren in Elektrical, als du, also ich war schon bei der Task. Okay, okay. Ich auch. Benedikt, René, habt ihr euch gesehen? Nein, nein und Benedikt geben sich also gegenseitig ein Alibi, ne? Benedikt, René, habt ihr euch gesehen beim Karte swipen? Ja. Ja, genau. Ich war nämlich auch da, ich hab's erst nicht hingekriegt. Na, ich wollte nur mal wissen, ob ihr euch gesehen habt. Okay, und Hannes? Ich war in Admin, wollte grad Karte swipen und dann hab ich gesehen, wie schwarz dort lag. Aber hab niemanden gesehen, der auffällig war oder so. Okay, eigentlich sind alle einfach unschuldig. Ja. So wie immer. Es gibt keinen Buster in der Runde. Genau. Der Anfangs-Screen war ein Fake. Fake News. Okay, aber René, René ist der Einzige, der, äh, auch nochmal, oder? Hm. Oder? Ja. René, erzähl nochmal. Schnell. Was hast du gemacht? Ich war im Admin und bin dann ganz schnell raus. Weil ich weiß noch runter. Wohin? Okay. Runter. Hm. Ja, runter geht's spezifischer, oder? Runter als runter. Runter. Okay. Die Aussage war ein bisschen, hm, wo bis hin, runter. Ja. So, warte mal. Wir können erstmal ein Upload machen, weil es wird kein Kill an mir passieren. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hannes können natürlich auch mit dem Self-Report gewesen sein. So. Einer ist schon da. Lion. Okay. Das passt. Wir gucken einfach mal hier hin. Ich bin mit Lion alleine. Okay. Ähm. Benedikt und Nessi. Elektri. Elektri. Anastasia. Flo. Ich glaub nicht, dass Flo es ist. Obwohl, den hab ich in der Runde gar nicht gehört, so. Gerade gerade beim Gespräch. Nessi, Benedikt. Gucken wir mal, ob einer jetzt gleich tot ist. Benedikt. Nein, Nessi lebt noch. Was? Ist Tommy hier reingelaufen? Ne. Oder? Ja, okay. Das erlebt aber noch. Passt. Ich hab Lina gesehen. Nessi. Bitte Nessi kill mich jetzt nicht. Kartes rein. Boah. First try wieder. Nameless. Guck mal. Kameras sind. Ah, okay. Passiert nix da. So. Medbay. Ah, wir haben den Scan. Und. Wo? 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 Wir haben einen. Oh nein. Oh nein, unsere Starsia ist raus. Es ist denk ich mal Benedikt. Oder wie er heißt. Überraschung. Wie lang ist der Kill her? Also ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber man kann von Reaktor außen wenden. Und er war genau da, wo der vent war. Ich hab ihn dort gesehen. Also bei Lower Engine. Genau. Genau da war er. Auf dem vent drauf oder was? Aber ich bin. Nein, nicht auf dem vent drauf. Aber er hat da grad in der Nähe so einen Task gemacht. das war schon ziemlich auffällig, weil da gar keiner war. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass er es ist. Es ist nur so ein bisschen, dass er in der Nähe war. Man weiß ja auch nicht, wie lange der Kill jetzt her ist, ne? Ja, eben, eben. Also ich bin mir nicht zu 1000% sicher. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er es zu 1000% sicher ist. Ich habe unten in der... Stimmt, ich fahre an Lower Engine. Ich habe da aber die... Erstmal die Align-Challenge gemacht. Also mit dem Schiff. Und danach habe ich noch die Fuel-Challenge gemacht. Die Fuel-Aufgabe. Ja. Okay. Also ich habe gerade Nessie und Nameless in Admin gesehen. Ja. Ich möchte gerade in den Zweifel gerade. Und hab schon umgelegt. Genau, ja, also euch habe ich auf jeden Fall gesehen da. Ich habe nochmal eine Frage. Kann man die Aufgaben sehen, wenn jemand die macht? Nee, gerne. Die Visual-Taste. Visual-Taste nicht, aber du siehst oben den Balken weitergehen. Das schon. Okay, okay. Ja, also wir haben eigentlich nicht wirklich was, ne? Nee. Und wir sind jetzt... Noch einer weniger. Ja, Anastasia ist rausgeflogen. Müsst ihr noch sieben. Ich bin aber mit, sag mal, gut drei Viertel von der Task auf jeden Fall durch. Muri, hast du das immer gemacht? Man hat sich irgendwie ein bisschen komisch verhalten. Ja, ich bin immer in Electrical raus und rein gelaufen, um zu gucken, ob da eine Leiche gleich liegt, wenn da zwei Leute drin sind und ich rausgehe. Ach so, okay. Deswegen, ich gehe mal ein Stück hin weiter weg, gehe dann wieder zurück, reingucken, ob jemand da liegt. Ja, aber ich habe das auch gesehen. Das hatte ich nämlich auch gemacht und da war ich so, hm. Ja, das war irgendwie komisch. Hm, okay. Ich will dann erstmal wahrscheinlich skippen sogar. Ich habe auch skippt. Ja. Ich auch. Ja. Nessie, da musst du nur noch. Hm. Es bringt, glaube ich, jetzt eh nichts, wenn du jemanden votest, weil wir haben alles. Ja, das auch. Das bringt nichts mehr, aber ich kann mir ja noch was anhören. Flo, was hast du die ganze Zeit gemacht? Ja, dann stand. Bitte. Ich habe, was habe ich denn alles gemacht? Ich war auf jeden Fall am Ende in Admin, habe schon Wiring-Tasks gemacht, habe schon Electrical-Tasks gemacht, habe in Reaktor den Task gemacht. Wie gesagt, ich bin fast dreht mit den Tasks. Ich bin auch fast durch. Ich habe noch keine wirklichen Indizien. Ich musste auch in Navigation, glaube ich. Oh Gott, ich habe noch sauviel, du Scheiße. Ja komm, dann gehen wir mal fleißig jetzt mal Task erledigen. So, die machen Wires, drei Leute, Benedikt, Nessie. Wenn Nessie gleich tot ist, ist Benedikt. Nessie ist da, Benedikt ist da. Ach, ich will jetzt einen Mord sehen hier. Neon Line. Keiner da, okay. Ich gehe mal hier. Nessie ist bald da, Benedikt ist da. Ah. Okay, dann können wir jetzt noch Scannen. Ach, ich muss ja gar nicht in Electrical, okay. Flo. Da kann bei Security eine Leiche liegen. Hannes. Flo geht in Cafeteria. Hannes geht nach Reaktor. Nessie. Der war schnell aus, das ist sehr gut. Rot, Gelbe. Jetzt hängen natürlich alle hier. Aufeinander. What? No, ich habe Nessie gerade ganz gesucht. Okay, das muss ein Stackkill gewesen sein, wenn... Hä? Achso, okay, das habe ich nicht gemerkt. Ich dachte ich und Nessie waren alleine am... Ne. Da standen noch ein paar Leute mehr. Schade, dass ich gerade weggegangen bin. Da waren... Da waren richtig viele. Kacke. Ich glaube, da war... Ich glaube, das war da. Ich weiß es nicht. Also, es muss ja eigentlich da gewesen sein. Es ist... Ja, es... Ich bin auch ziemlich sicher, dass es bei Security passiert ist. Also, es war da. Aber... Wer? Ich habe gar nichts gecheckt. Ich weiß nicht, wer da alles drin war in diesem Haufen. Ich habe nicht mal mehr andere Leute gesehen. Doch, ich weiß auf jeden Fall, das waren ganz viele bunte Farben. Ich weiß nur, dass Nessie da war. Ja, das habe ich auch. Aber... Nessie ist jetzt auch tot. Ja, ja. Achso. Ja, Nessie ist tot. Ich habe gar nicht gecheckt, wer tot ist. Ich war gar nicht der Einzige, der überall anders war. Ich habe den ganzen rechten Bereich abgecheckt und nach Leichen gesucht. Vielleicht fertig bin mit den Tasks. Okay, dann... Dann stand da also René, Benedikt, Lion und Hannes. Hä? Ich habe es gar nicht verstanden. Ich sage, dann stand also gerade da an Security, René, Benedikt, Lion und Hannes. Nee. Nee, Benedikt, der stand daneben. Also der stand nicht in diesem Stack, meine ich. Genau, ich stand am Eingang, weil ich da noch eine Wiring-Taste gemacht habe. Okay, okay. Hast du es denn gesehen, wer das da war? Schließt er nicht aus, dass er es nicht war, weil ich glaube, wir haben noch zwei im Poster, oder? Müssten wir ja. Aber... Es sei denn, Anastasia war einer, weil die rausgeflogen ist, aber das tusten wir halt nicht. Das kann auch sein. Schwierig. Wie soll ich von... Äh, unsere Kill-Distance ist short und man kann von der Distanz nicht killen. Ja. Also, wenn Bene weiter weg stand, selbst wenn er nicht in dem Stack drin stand, hätte man ja die Kill-Animation gesehen, dass er da hingesprungen ist, quasi. Ja. Ja gut, wenn alle Leute in den Kameras sind, dann sieht man es natürlich nicht. Habt ihr die Kameras angeguckt, oder? Ja. Ich kann mir gerade vorstellen, wie Nessium-Stream richtig ausrastet. Ja. Weil wir es nicht merken. Ja, gerade hat es bei mir auch keiner gemerkt. Ja. Äh. Wieder keine Beweise. Also, wer stand jetzt nochmal da? René, Lion, Mann und Hannes, ne? Genau, ich stand da. Ja. Genau, ja. Mhm. Könnte... Einer von den dreien könnte es sein. Dann ist aber nur... Das könnte einer von den Impostern sein. Vielleicht haben wir ja auch noch zwei. Ja, das könnten beide sein, die da standen. Ja, das kann ja auch. Ja, aber dann hätten sie auch ein Double machen können. Was machen wir jetzt? Äh, Tasks? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich bin mit dem Task fertig. Aber... Ja, was sollen wir jetzt machen? Skrippen. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir was herkriegen. Oh. Einer hat da vergessen zu voten. Wer war's? Ich nicht. Ich auch nicht. Boah, schwierig Leute. Ups, sorry. Flo verfolgt mich. Aber bin ich jetzt tot? Bin ich jetzt tot? Oder er saved mich gleich. Das kann auch sein. Was? Einmal. Und? Wie indoor. Okay. Ich hab mich einfach hingestellt und dann einfach auf Kill gedrückt und schnell auf Report. Weil wir mussten irgendwie Kills machen. Ja klar, der Kill ist... Krass! Ich hab gedacht, René wird jeden Moment ungebracht. Theoretisch hätte René ja auch damit angekommen. René, du bist Rap! René, du bist Rap! René, du bist Rap! Aber theoretisch hätte René gerade auch mit den Kill machen können. Er hätte einen Double-Kill gehabt. Ja. So ein Stack-Double-Kill. Das war schon... Einfach, wenn du siehst, dass der eine killt, den anderen direkt mitkillen. Nein, theoretisch. Aber nein, es ist gut, dass ihr noch gewonnen habt. Ja, und dann hättet ihr sich einfach opfern können und dann hättet ihr, glaube ich, sogar noch gewonnen. Krass, ey. Das war eine richtig gute Runde. Hey, und schön, dass gerade du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder lass es mich unten in der Kommentarbox wissen. Ebenso würde ich mich riesig freuen, wenn du da unten auf den roten Abonnieren-Button klicken und auch direkt die Glocke aktivieren würdest. Tut gar nicht weh, versprochen. Sekunde, Maurice, machst du die Endcard? Ja, kein Problem. Top, danke. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. гоwei 2 0 3 5 T